Hallo Patienten, willkommen vor dem Horror Nazareth. Trauen Sie sich, kommen Sie herein und erleben Sie eine Zeitreise zu den Anfängen und Experimenten der ärztlichen Kunst. Dr. Lehmanns Ärzteteam schreibt Sie krank. Ihren Krankenschein zum Einlass ins Horror Nazareth erhalten Sie jetzt an der Kasse. Vom OP-Tisch bis zum klassischen Zahnarztbohrer halten wir alles bereit, was unseren Patienten Freude macht. Dr. Lehmanns Ärzteteam und die bereits eingelieferten Patienten werden Sie das Kuseln lernen. Ganz sicher! Nein, es geht noch weiter! Nein! Wir ziehen hier raus! Nein, es geht noch weiter! Nein, es geht noch raus! Liebe Besucher, willkommen am Horrorlazarett. Trauen Sie sich, kommen Sie herein und erleben Sie eine Zeitreise zu den Anfängen und Experimenten der ärztlichen Kunst. Werfen Sie einen Blick in die Leichenkammer und den Waschraum unserer Psychiatrie oder sagen wir besser Psychoabteilung. Dr. Lehmanns Ärzteteam schreibt Sie krank. Ihren Krankbeschein zum Einlass ins Horrorlazarett erhalten Sie jetzt an der Kasse. Unsere Ärzte und die bereits eingelieferten Patienten werden Sie das Gruseln lernen. Ganz sicher. Hier können Sie so manches erlegen. Zögern Sie nicht, kommen Sie herein. Ein schaurig schöner Spaß für die ganze Familie. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020